moin moin und hallo heute möchte ich euch zeigen wie ihr ein apple iphone 11 also 11 pro max wieder in den werkszustand versetzen können um zweitens das auch ohne die icloud sperre das heißt wir gehen davon aus ihr wollt euer iphone verkaufen euer iphone 11 pro max dann sollte der neue besitzer natürlich die möglichkeit haben mit seiner eigenen apple id sich auf dieses neue gerät für ihn anzumelden wenn ihr das nicht in diesen zwei schritten macht also nicht zuerst die wo es mein iphone funktion ausmacht und zweitens den zurücksetzer macht dann kann es passieren oder wird es passieren dass der neue besitzer seine apple id eingibt und dann geht er in die icloud sperren und das wollen wir nicht ihr wollt ja vernünftig euer smartphone verkaufen oder ihr wollt euer smartphone natürlich auch dann leer und auf werkseinstellungen wieder an den neuen besitzer übergeben können oder an familienmitglied oder wenn es zum beispiel einschickt in der reparatur oder so damit die leute nicht auf die daten zugreifen können so was machen wir da wir nehmen unser smartphone gehen jetzt erst mal rein und werden dann auf einstellungen gehen hier oben wo mein mund zu sehen ist da befindet sich die apple id ich bin jetzt ein bisschen runtergescrollt weil darüber halt meine e mail adresse steht das muss ja nicht unbedingt sein und jetzt drücken wir darauf so einmal darauf drücken und dann kommen wir nämlich in das untermenü rein von der apple id im untermenü angelangt gibt es die app wo ist fragezeichen wo ist fragezeichen das ist wo ist mein iphone von früher da klicken wir drauf wo ist jetzt haben wir hier mein iphone suchen wenn ihr das ein lasst und das einfach so zurücksetzt wird der neue besitzer eure apple id eingeben müssen und ansonsten klappt hat nicht das heißt also wir müssen mein iphone suchen erstmal deaktivieren um dann ein zurücksetzen zu initialisieren also mein iphone suchen so mein iphone suchen online suche aktivieren und letzten standort senden wenn wir den obersten begriff ausmachen dann haben wir alle untere unteren context menüs auch ausgeschaltet das heißt jetzt müsst ihr natürlich eure apple id kennwort noch eingeben und dann auf deaktivieren klicken so direkt wir nun seht ihr ist mein iphone suchen aus das ist der erste schritt die wir machen müssen ganz wichtig denn jetzt kann sich der neue besitzer wieder über seine eigene apple id hier bei dem gerät anmelden wo ist mein iphone zurück und apple id zurück und jetzt gehen wir noch mal zurück und nun gehen wir also der erste schritt ist erledigt dann gehen auf allgemein runter und da unten steht zurücksetzen zurücksetzen jetzt haben wir folgende option alle einstellungen zurücksetzen alle inhalte und einstellungen löschen netzwerkeinstellungen tastaturwörterbuch holmbildschirm standortdatenschutz wir wollen ja dass die neuen besitzer nicht unsere daten bekommen das heißt wir gehen nicht bei alle einstellungen zurücksetzen das wäre sozusagen nur ein reset der einstellungen die daten würden erhalten bleiben auch fotos auch einstellungen alle inhalte und einstellungen löschen ist das was ihr bei einem verkauf oder bei einer stilllegen aus iphone 11 pro max dann praktizieren müsst so da drauf drücken und dann steht hier unten dokument und daten werden auf icloud hochgeladen wenn du jetzt löscht verlesst du die dokument und daten die gerade in icloud hochgeladen werden ok da könnt ihr jetzt entscheiden ob ihr noch ein backup über die icloud initialisieren möchtet ob ihr das noch abwarten möchte dann geht ihr upload abschließen dann löschen oder wie in unserem fall machen wir jetzt löschen jetzt müssen wir natürlich noch den code eingeben den ihr vergeben hatte für das smartphone bei der face id früher jetzt hiermit werden alle daten bzw medien gelöschen alle einstellungen zurückgesetzt das ist das was wir ja erreichen wollen also los geht's jetzt aber fragt uns noch mal weil wie gesagt danach sind eure daten weg darauf eure bilder sind weg auch einstellungen sind alles ist dann futschikowsky möchtest du wirklich fortfahren alle mediendaten einstellungen werden gelöscht dies kann nicht widerrufen werden jo und nun seht ihr gehen wir in den reset wir gehen zurück auf werkseinstellungen das smartphone düdelt jetzt noch ein bisschen rum dann wird es neu starten und dann ist das smartphone wieder wie oder es ist nach einem factory reset also nach einer werkseinstellung ist es wieder hergestellt und ihr könnt es dann wieder als neues smartphone dann initialisieren wieder einrichten und so diese schritte solltet ihr beherzigen bevor ihr euer iphone weg gibt verkauft oder außer betrieb nehmt erstens wo ist mein iphone app ausschalten unter eurer apple id müsst ihr das dann machen unter wo ist fragezeichen ausschalten komplett zweiter schritt ist dann auf zurücksetzen gehen und nicht nur die einstellungen zurücksetzen sondern die daten und die einstellungen zurücksetzen da müsst ihr zweimal müsst ihr noch sagen ja das ist richtig so und dann kommt das wir rebooten jetzt und haben dann ein neues system was uns jetzt gleich dann sagen wird hallo hier ist ein neues iphone 11 pro max wir wollen jetzt initialisieren wir wollen das setup machen so einfach ja so einfach eigentlich nicht das ist schon mehrere schritte sind da nötig um ans ziel zu kommen aber meine güte das ist es doch wert so ein tolles gerät sollte nicht nur bei einem besitzer bleiben für zwei jahre und dann in die tonne landen oder irgendwo in der schublade verrotten das hier könnt ihr ruhig dann weitergeben dass auch andere leute damit spaß und freude haben hier seht ihr nämlich wie das jetzt zurückgesetzt wird es wird formatiert danach werde wird der kernel wieder reboot alle einstellungen sind wieder auf den einstellungen die das iphone schon hatte als ihr es übernommen hattet zum beispiel wo ihr es neu gekauft hat oder ihr hattet es als gebrauchtes gerät geholt dann sollte der vorherige besitzer dies auch machen was ihr noch machen könnt wenn ihr zum beispiel ein iphone gebraucht kaufen wollt ihr könnt anhand der apple id könnt ihr checken im internet oder anhand des der seriennummer glaube ich war das könnte das checken ob dann noch eine icloud sperre oder eine apple id auf dem gerät drauf ist also ihr müsst euch so vorstellen hier ist eure apple id die wird dann damit verheiratet und bleibt darauf die müsst ihr jetzt erstmal wieder scheiden zack und dann könnt ihr das jungfräuliche iphone wieder ins system in den handel bringen diese paar schritte sind nötig ich habe es euch ja jetzt genau gezeigt um ein iphone wieder in den markt einzuimplementieren so danach geht einfach wieder los der wird sich gleich wieder melden mit hallo hallo und dann macht ihr neues setup und damit sage ich jetzt vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zum 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 du